Ne, er hat nur gespeichert, okay. Oh, ich bin voll drüber. Aber Knotenpunktstabilität? Nice. Also, ich bin hier. Okay. Es ist meine Zeit, um eine Explanation zu geben, um das Mass-Hallucination-event, das Tobias und Franzis waren überlegen. Aber keine Angst, ich werde nicht so lange sein, weil es ehrlich ist, dass es nicht viel, was wir wissen. Es ist passiert, am Morgen, September 14, 1961. Mein Kollege, Dr. James K., war mit einer sehr klassischen Zeit in der Deep Zone. Er wurde unterstützt von meinem Mann, Dr. Alan Turner. Okay. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh oh. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ups Okay, wir wollen da zu dem Funkturm Alter Schwede Gleich können wir noch immer gebrauchen Okay, wir wollen hier Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay Kann man hier querfält einfahren? Wieso habe ich rechts schon wieder einen Platten? Oh boy, oh boy, do I have theories Oh, don't start Dr. K and Alan clearly uncovered some new way of using limb to motivate that gamma ray burst Oh, yes, precisely Where do gamma rays come from, but out of space? Feedback on planet Earth, kid There are plenty of terrestrial sources of gamma rays Thunderstorms, for example No, 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 you said it yourself The energy levels from that night are much greater than anything we've seen on Earth Sure, but going straight to aliens for those countless perfectly scientific possibilities Perhaps Dr. K and Alan developed a limb-assisted mass particle collision Oh, heck, tapped into some sort of gamma ray reservoir Yeah, we want to go to Atlantis Let's return to the Telef надо Let's go to an episode Let's go to an episode No there's no, 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 no 等等 So let's go to an episode A episodeanst improvis Ok. Ich kann mal eben noch ein Überbrückungstool bauen. Oh, die will ich auch noch eben vorschlagen. Oh, oh. Hoppala. Ab durch die Wildnis. Oh, okay. Okay, und weiter geht's. Oh, ist das fies. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh. 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 Hier war noch irgendwas, das würde ich mir einmal angucken, ich glaube da, ne Dingsens Station. Ach Glitzernder Fels, den hatte ich schon, aber hier eben fix den. Kann man ja einfach mal mitnehmen, ne? Ja. Okay, und den nächsten mal eingeschaltet. Ja. 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 Auchlust Okay. Okay. Das hört sich echt nicht gut an. Also, irgendwie so eine Mischung aus Verschwörungstheorie und irgendwas wird verheimlicht. So das Gefühl habe ich. Ganz, ganz komisch. Ich glaube, dass es es einfacher hat, da eben hochzulaufen. Als da jetzt mit dem Auto hinzufahren. So. Weil sonst müssen wir einmal komplett außenrum fahren. Darauf habe ich keine Lust. Nur eben fix den Turm zu öffnen. Ja, Wahnsinn trifft es vielleicht auch ganz gut. Also habe ich zumindest den Eindruck, dass sie zum einen nicht die Wahrheit erzählt, was ihre richtigen Pläne sind und ja, also irgendwie ein komisches Gefühl habe ich. Okay. All right, wir in business. Stabilizers are coming online and the way looks clear, but I'm also getting spikes. Stability in your region is tanking. Get out of there. Fast. Okay. Ich soll fast sein. Wir müssen in die Richtung. Ich gebe mir jetzt Mühe, schnell zu sein. Ich frage mich, wie viel Zeit ich dafür habe. Und die nehme ich lieber nicht mit. Da habe ich nur ein bisschen mitgebaut. Ich loszu. Okay. Oh mein Gott. Das war nicht geplant. Aber damit fahren wir jetzt. Oh Gott. Rittwärts rein. Ich bin ja echt gespannt, was passiert, wenn wir rittwärts in ein Portal fahren. Wir kommen vorwärts raus. Okay. Das ist ja relativ simpel. Das ist ja relativ. Das ist ja relativ. Das ist ja relativ. Das ist ja relativ. Okay. Das ist ja relativ. Okay. Okay. So. Okay. 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 Was können wir denn? Okay. 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 Was ist die Sachen hier? Ne, äh, hier drinnen. So, die Infusionsexo sollte eigentlich gar nicht anfangen, die Türflanken geschlossen werden. Okay, und was können wir denn hier noch? Was macht das? Körperliche Ertüchtungsmaschine. Kommt da jetzt einfach nur ein Basketball-Crop dazu? Oh. 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 Also ich will den da schon irgendwie einmal reinkriegen Alter Das war schon wieder schade Was erwartest du denn Also Irgendwie Wow Eh Gibt es da ein Achievement für? Irgendwas mit Basketball? Gibt es da Ich habe noch ein Ein Sprung kann man aber trotzdem eins sauber und sorgfältig heraustrennen Wenn du an Dimmst 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, Abnutzung kann nicht repariert werden Dann stellen wir einfach mal zwei Dings des Reifen her Und zwei Sommerreifen Oh mein Gott, ich brauch Gummi Oh mein Gott Ähm Ähm So, aber das Könnte man jetzt mal ernsthaft ausprobieren Ähm Was macht das hier? Thermosaftkristall Oh, verdammt Oh, verdammt Ähm